Es ist vollbracht, Helya. Wir haben unseren Teil erfüllt und wir fordern unsere Belohnung ein. Diese Anmaßung! Niemand verlässt Helheim, solange ich herrsche! Was? Das kann nicht sein! Ihr Griff wird schwächer. Sie kann uns nicht hier halten. Niemand verlässt Helheim! Niemand! Eure Forderung wurde erfüllt, Helya. Auch ihr müsst zu eurem Wort stehen. Nein!